ist das könnte das sein online system oder der dass das kinderzimmer davon naja also nicht ganz ist eine andere map aber ja gab es halt auch bei solar und so und die habe ich auch so schon gekannt also dies ja auch schon es ist nicht direkt in roma so die ist weniger bekannt als team da voll die gute idee ich mache einfach die anbots immer dann wenn ich mich erst mal mute dann habe ich gar nicht so weißt du denn da habe ich gar nicht so die angst wenn ich ja anmoderieren muss weißt du herzlich willkommen zu einer folge von tt yeah mit facecam und so mal richtig anmoden jetzt entmute ich mich ja diesen spiel für mich eine quale los geht's hallo was ist jetzt passiert holy shit der ist tot ich bin gerade genau in der nähe gewesen aber ich hab doch gerendem killt hallo warte mal halte ich mal ein bisschen zurück die runde ging doch alles los leute du guck ist eh gerade noch voll an ja warte 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 was was geht jetzt ab ich verstehe es nicht in der liste was war duk war innocent warte lebst du noch ich lebe noch ja ja ach so hä ich hab gesagt ich hab duk gerendem killt von afk steht naja leon betweifle ich jetzt mal warum lachst du leon ich glaube leon simuliert er muss halt lachen ich weiß nicht sonst wird er bestimmt gar nichts gesagt ich kann aber nicht sehen wer das ist schön ich hasse dich leon ich war es nicht ich hasse miche jacks ich hasse dich alle zeiten mann alter er hat alles so ganz so richtig im geld ist er aber nicht direkt damien gekillt ich hatte weil ich den schutz versetzt habe ich so angst dass ich verrecke ich bin durch diese scheiß melone gestorben ne ich hab mich so gewundert was das ist was ich war einfach direkt bei der song gespawnt weißt du ich hab leons leiche eigentlich vier ich hab damiens leiche direkt so gefunden so wie war doch grad noch jemand wieso tanzt die person noch weiter ein bisschen boogie ja das war dem und alles aus einem loch zusammen ich verstehe die ist eine mausefalle die tötet ein ja ja das weiß aber ja wusste ich ja gut preparing das ist eine schiefe lage jungs und mädels ey ich warf ich bin traiter lange schiefe nase leicht gesagt ich bin traiter hallo das stimmt nicht ich bin gar nicht traiter dukatt ist ein punkten fetisch dukatt ist äh crude alter die hat schlechtes karma dukatt sie hat minus 7 dukatt sie hat minus 7 punkte dukatt sie hat minus 7 punkte dukatt was ist denn da für ein gesicht drin ist das mr morgan was ist der mr morgan dukatt der ist was spaß meine nase juckt ich will ein stück käse haben dukatt dukatt 10 euro wenn du warte hä war da zwei digger drin wo's damien ist wo leon ist grad runtergefallen ja 5 damage das ist das ok tschüss leon ja alter dukduk die mausefalle jetzt bist du dran jetzt ich schläg die ganze Zeit aus ich traue mich nicht holt die ist von alleine einfach hier wer ist dran wer ist dran den ist auch ich muss auch ich hab noch nicht gemacht muss ich auch noch nicht machen wenn ich das nicht mache habe ich keine Eier hallo du blockst mich holy shit Ich bin die mit der Mäusefalle. Ja. Wann triggert die denn? Nachdem sie wieder zurückkam. Ich kann nicht lauf, es blocken alle. Sorry. Von auf den Kopf gekriegt. Den hab ich geblockt, was ich am Schädel bekomme. Leuch. Kann man seit springen? Geh mal rein. Ich werde geploppt, Alter. Ich werde geschoben. Du wichst da. Jetzt ne J-Card. Ja, ne. Triggert die auch hier? Die Triggert halt, nachdem sie hier wieder zurück auf der Seite ist. Leute befreit. Triggert die. Aber auch wenn man... Oh. Oh. Nein. Nein, warum immer die Enos? Ah, die Zeit. Immer die Enos, Leute. Oh. Weißt du, die haben so viel Langeweile, die bringen sich lieber selbst um. Die Mausefalle des Todes. Oh. Lea, Lea ist drin umgefallen. Untersuch den. Ja, okay. Er hat grad auf mich einfach random geschossen. Ja, okay. Hier unten. Damien, 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 Damien. Alles klar. Also, Leon war Enos. Das war natürlich die Shatter in der Fernkampagne. Damien, wie mein Charakter sitzt, Alter. Guck ihn dir an. Ja, halt die Fresse. Komm, wie mein da sitzt. Der sitzt richtig traurig auf der Sitz. Stefan, du warst neben. Ey, Leon, Thumbnail fliegt. Warte, ich muss guten Winkel finden. Du musst dann doch dein Günther ja auch rein Photoshoppen an der Wand. Hoffentlich hast du's schnell, bevor alles dann noch rumsprayt. Oh, lol. Ja, jetzt hab ich ein Problem. Ja, Damien läuft gut bei dir. Scheiße. Ich weiß, wie du tot warst. Mit E hebst du auf. Bitteschön. Ich bin dann mal wieder tot, ne? Ja, okay. Jesus Christ, Alter. Nein! Ich hasse Leiter. Er tut das nicht. Er ist runtergefallen. Er ist die Lüftwirtschaft runtergefallen. Deine Leiche, Alter. Ich hab's mir genommen. Damien hat das Zephyr einfach rausgeworfen. Konntest nicht mehr auf. Hä, bei mir hast du so'n Zephyr-Ding gleich geworfen. Ja, das hat halt so diese Decks, glaub ich, wenn man's wegwirft. Ah, okay. Ach so. Ah, was hat... Hat jemand silenced AWP'd der im Nahkampf oder was von euch beiden bei der Trap unten? Nö. Hier ist noch eine Mäusefalle. Warte, nein, nein, nein. Du hast doch noch jemanden gekillt, oder nicht? Äh, nein, nur Damien. Leon, ist doch gestorben. Womich? Okay, mit einer Shotgun. Äh. Ich dachte schon, hä? Keiner war für, Alter. Ich hab vier Leben verloren. Alter. Wer schießt da? Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ich hab eine Shotgun, die schießt nicht so schnell, sorry. Hier ist auch noch mal so volle. Ja, super. Los, alle Innus hin, wuh! Wuhu! Alter, Duck, wohin das Weg ist da hin? Erstmal sagen, alle Innus sind, ja. Nicht hingehen. Ich hab keine Waffe. Ich weiß noch nicht. Ja, Duck, da oben findest du auch keine Waffe. Das sind nur Hello Kitty Bandarolen. Aber die sind schön. Ja, Duck steht auf Hello Kitty. Ich werd angeschossen. Hi, Damien. Ja, ich treff von dir nicht. Ich hab ne Shotgun in der Hand. Frag Damien. Wo seid ihr überhaupt da oben? Lauf halt mit meiner Riegelung. Warum seid ihr alle da oben? Damien? Wow. Oh, Duck ist auch da oben. Damien schießt von da oben. Ja. Duck sucht ne Waffe. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Duck ist grad einfach rumgefallen. Vorhin so einfach rumgefallen. Richtig glaubwürdig, wahr? Nein, der ist ohne Scheiß grad einfach aufgefallen. Alter, Dennis. Warum bist du da? Oh, oh, oh. Bis Guglator. Warum ist Blut? Nee, Liz. Ich glaub das ist es. Es ist es. Es ist es. Es ist es. Sofa Kind. Ich kann mir vorstellen, dass Liz es ist, die aber trotzdem nicht Duck umgebracht hat. Ich weiß halt gar nix, man. Ich weiß nur, dass ich ne 70% Respawn Rate hab. Ja. Alles klar. Das ist jetzt ärgerlich. Ich hab beide Silenced-AVP-Schüsse auf Duck gemisst habe, aber dann halt nur Headshots getroffen hab. Duck. Okay, aber Damien stand auch nur still. War meine Theorie richtig? Und dann halt, äh, Dennis beim Wofa im Guckenhäuschen. Ich war aber wirklich verwundert, weil Duck einfach umgefallen ist. Nee, Alissa stand da zwischen den Beinen und denk so, oh, okay. Ja, Duck ist einfach umgefallen. Ich hab halt nur so ne schwule Waffe. Ich hab echt nicht so. Hashtag no, no homophobic. Weißt du, die Silenced-AVP-misslich, aber die Rifle geht voll fit, was? Ja, meiner Farmers lebt sie's nicht leicht so. Die Farmers ist ne gute Waffe. Ich find die ultra gut. Ich bin runtergefallen. Boah, what the fuck? Ich hab die Kreppe drin. Gut, dass du es mir immer ein bisschen einfacher machst. Glaub halt auch. Aber... Kannst du mich ja wiederbeleben, oder? Ich habe keine Tokens. Alter, ich hab deine Silenced-AVP und einen Yanket-Gun liegen. Keine Tokens. Glaub, ich zieg deine Reise. Keine kleinen, schwarzen. Warte, warte. Alter, warum? Oh, holy shit, was? Du Wichser. Hä? Ist nicht gut. Das wär auch zu einfach gewesen. Ja. Ja, find ich. Find ich auch, Doc. Ja. Was, wo? Der war direkt... Der war hinter den Büchern. Ja, echt? Ich hab da doch hingeguckt. Vor allem bei unten Giki Silenced-AVP sogar. Ja, und Dinian kennt gar nicht. You will not be revived. 87%. Oder war das bei einfach Selbstmodular? Wie viel hatte ich nochmal? 98%, ne? Das war lustig. Huh! Aua. Aua. Das haben direkt zwei Leute gestorben, wa? Nee, nee. Duke und ich sind nur beide runtergefallen und leben noch. Aber... Jetzt ist fair gestorben. Jetzt ist Duke... Jetzt ist Duke... Sind die Mäusefalle gelaufen? Ja. Aua! Alter, ich lebe noch. Die Mäusefalle... Ich hab noch 5... 5... 5... 5... 5... 5 HP. Alter... Ja, sterben halt alle. Ich bin grad wieder ges... Nee... Wie hat die... Wie hat die A22 Damage gemacht? Also ich bin gestorben halt. Nee, short girl. Duke ist schon wieder höher. Obwohl die Runde grad erst los ging. Man, Duke schreckt sich einfach selber. Das ist halt das Buh. Ich bin so gut. Hallo Leon. Alter, Damien... Damien macht Schokolade. Duke rennt amok, äh... Läuft amok, alter. Er schießt einfach auf die fucking... Mäusefalle und alles. Wird sie eigentlich getriggert, wenn er drauf schießt? Nee, nee. Wer hat kein Feuer damit bekommen? Damien ist am Schubladen. Kann man nen Buddy drauflegen? Also nen Leiche sag ich man nicht immer den Buddy. 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 Wofür sind die zwei Leute? Mein Damien. Der schießt hier mit der Huge rum. Du, 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 du. Ein Schub auf Damien, äh... Alissa eben gemisst. Äh... Leon gemisst und dann daran Hedi gegeben. Clean, wa? Ja. Damien, magst du Puppenhaus mit mir spielen? Ey, Marvin. Ach, scheiße. Oh! Alter! Oh! Es... Leon ist eigentlich theoretisch proven, aber irgendwie... Irgendwie auch nicht. Ne, ne, du hättest aber eigentlich... Du hättest aber was nicht... Alter, wie der... Du hättest aber... Wo seid ihr denn? Na, ist egal. Ich hab mit Damien in Haus gespielt. War du weg? Warum vertraut ihr euch zu sehr? Weil ich Damien angezündet habe. Ne, ich hab einfach nur gefragt. Ne, das war ja schon davor, dass ihr da hochgegangen seid. Nein, ich hab ne Insidero geworfen. Ich hab zu euch Leute. Pass auf. Damien, du schulatst. Der Duck ist immer echt gestorben. Lull. Untersuch Duck. Leon, das bist du ihm schuldig. Aber ich glaub, er ist rund... Ne, 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 ne. Hab ich ihn da rausgekickt? Ey, ey, ey. Er ist vom Regal gesprungen, mein ich. Die, die... Die Granate ging zum Puppenhaus und Duck ist vom Regal oben gefallen. Oh. Feels bad, man. Damien, hast du Spaß? Ja. Ey, 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 ey. Fries, Junge. Fries, Junge. Da steht die rum und ich vermisse den Shot, ey. Wie kacke bin ich eigentlich? Ist alles wieder gut. Dennis, du hast mir was zu sagen. Dennis, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Okay. Meine letzte Hoffnung, Dennis. Wie managen wir das jetzt? Ich glaub halt, Alissa und David sind's beide. Weil die hatten ja keinen Grund, sich sonst zu vertrauen. Und Alissa... Ich hab Alissa getötet. Oh, Hanun! Damien, du Wichser, du bist es halt. Oh. Ah, warte, es ist ja le... Warte. Bei Hanun kann ja nur einer sein. Warte. 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 Leon? Warte, Alissa hat dich gecallt, oder? Liss ist tot. Ach. Das ist doch blöd. Hä? Ai, 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 ai. Ich hab doch geschrien, Leon. What? Warte. Warte mal, wie soll ich? Dennis, du Wichs. Oh, was? Das sind jetzt managen. Der Wichser würde so rum. Oh, was? Ne, aber Leon war erst kutschig. Ich dachte so, oh Mann, hab ich gemisst. Und ich dachte so, okay, die haben jetzt gestorben. Habe ich eigentlich damage gemacht mit dem Peace-Dings? Ne, 8 HP oder so. Der Totenkopf war halt grad wieder weg, als ich gedrückt hab. Das war superschön. Oh, ich hab Dennis richtig vertraut, aber... Mein gut, das hat nicht gemerkt. Oder... Doch, du hast mich getötet, Dennis, oder? Ja. Ich würde sagen, der Peace-Maker hat mich gar nicht... Ich dachte halt, Damien hätte mich von hinten angekirrt. Das war nicht Damien, das war Damien, das war Dems, Alter. Boah, das stand an, der Wandel. Ich hab halt den Hit einfach verfehlt. Ich hab noch 5 HP, Alter. Ich hab einfach gesehen, wie die Mausefahrer grad abging. Ab, 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 ab! Oh! Aua! Alter, hallo Flesen-Lunge. Flesse, Junge. Flesse, Junge! Das klingt jetzt ultrabehindert, ne? Das klingt jetzt einfach ultrabehindert. Warte mal, ich glaub, da ist grad jemand runtergefallen. Ich hab was gehört. Hast du das auch gehört? Ja. Das zweite Mal war ich, aber davor auch schon, ja. Das klingt jetzt ultra dumm, weil ich jetzt frage, aber... Wie ging das mit, also der Peace-Maker? Du musst einfach nur ziehen und dann immer schießen, wie bei Overwatch oder was? Weil ich hab nicht... Wie konntest du mir denn 8 Damage machen, aber nicht killen? Keine Ahnung. Also linken musst du halt... Ah, ich hab die Leiche gesehen, die Leiche... Ja, ich auch. Da sind zwei Leichen. Warte, zwei? Da ist Blut. Arvin, nein, 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 nein. Bin's halt nicht gewesen. Fuck! Ich war's wirklich nicht Leon, aber ich bin halt Tracer... Dennis, bist du auch runtergefallen? Gut! Ja, bin ich. Damien. Damien. Ich wurde halt auf einmal vor dir langsam weggesniped. Die Smaker musst du halt links klick drücken und dann kommt halt der Hainu und dann musst du halt so lange warten, bis er da ist. Hast du die beide gekillt oder sind die runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Dennis auch. Aber Damien hat da oben was angeschaut und ich hab ihm weggesniped. Ich wurde einfach... Ich wurde einfach... Und Dennis? Dennis ist auch runtergefallen. Oh, holy. Was für ne gute Runde, Kappa. Ey, ich sag halt, ich war's wirklich nicht, das wirkt der Verlieren voll blöd. Dennis, ich hab deine Leiche... Wenn wir mal Traders ne gute Runde haben können, aber... Du bist Afke. Nee, ich bin da... Nicht drin. Okay, kill ihn, kill ihn. Los, 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 jetzt. Alter, wir sind die Wacken so fucking grün. Und ich kill Damien. Und dann kaufen. Be free, ich hab keine Waffe. Bitte lass mich hinruhen. Ich bin hier nichts zu werfen. Oh, ich bin da fast runtergefallen. Holy... Stacke fest. Alter, Duck, geh weg. Habe ich gekauft, Alter. Duck ist fett. He is Batman. Scheiße. Wie oft bin ich jetzt hier schon runtergefallen? Davos hast du natürlich gekauft, ja. Damien... 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 Life is strange before the storm... Oh, ich bin tot, ich bin tot. Nein, ich kann mich retten. Ich bin wieder an der Leiter gelandet. Hi, Dennis. Ich hab Damien so krass beobachtet, dass ich einfach runtergefallen bin. Das ist mir voll auch passiert. Hast du... Alter, ich hab meinen Tod einfach schon gesehen. Ha, willst du meinen magnetischen Garten? Glaub ich, ich glaub ich geh da mal wieder hier rum. Ich bin nicht dahinten. Oh Gott. Ich guck dem Spektakel zu. Oh, oh, oh. Garfield? Garfield? Ich dachte du wärst Dennis. Äh... Garfield? Die gestielte Karte. Warte, warte, warte. War nicht Garfield. Ich glaub ich war noch nie in diesem Puppenhaus hier drin. Holy... Hier fühl ich mich wohl. Ich hab einfach zweimal schon... Alles so oben in Bücher. Calvin ist ein schlechter Puppenhausspieler. Und hier ist Barbie. Hey, ich wache... Hier ist Barbie. Oh fuck. Alles ist runtergefallen. Wahrscheinlich... Das zweite Mal in einer Runde. Ich glaub, sie war Traitor. Genau in der gleichen Ecke. Ich bin letzte Runde auch schon in derselben Scheißleiter. Ich glaub... Ich guck... Oh, oh nein! Marvin ist runtergefallen. Alle so dumm. Ah, schön. Ich glaub, Liz war Traitor. Sonst hätte sie sich nicht so aufgeregt. Ja, guck. Das ist trotzdem das zweite Mal, dass ich runtergefallen bin. Es ist doch halt auch, Alter. Jede Runde. Ich bin noch einmal ein Scheißleitermutter. Tipp the Poltergefallen. Boah. Sorry, YouTube, ich bin tot. War das Leitergefallen? Was ist denn das Leiter? Wenn ich nicht runterklettern bin und du die leichen konfirmet hast. Ein leiche... ich bin es aber nicht mann na klar ihr beide feiert ist mir egal jetzt dieser ich bin fast untergefallen was war mit damien gibt es dir noch den jungen ja ne moment moment ja toll du warst tot ich hab ja auch noch mal dran hier wurde damien der ja ich hab denn jetzt gefunden warum schon damien versteckst du dich das gefährlich also hier ist schon vorbei die map richtig schön auf plane so nach dem motto ja traiter kollege okay hat sich getötet hat wurde ist auch ein schlechter spieler du wirst voll vergessen du willst schon aufeinander aufsetzen ich denk mir so warte mal damien lebt aber auch noch zwei ja bitte alter geil ich hab da eben vergessen mann bist du mal ein lehrer marvin hat am meisten punkten ich weiß es interessiert keinen ich muss trotzdem mal sagen wahrscheinlich dann ab jetzt